Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sobald die Sache über die Bühne ist, habt ihr eine echt geile Geschichte zu erzählen Du willst uns ausrauben, das geht hier ab, oder? Wir haben keinen Schlüssel für den Safe Ich hol's Wie viel brauchst du denn? Äh, alles Okay Hände mich mit, ich will mit dir mitkommen Ja, du bist bloß eine kleine Bitch mit einer Knarre, die zwei Mädchen bedroht Nimm dein Geld und verschwinde endlich hier Wie eine kleine Bitch Du Scheiß Und der Mann war verdächtig Weil Er war einfach verdächtig Melinda, schließ die Tür Das können Sie mir echt glauben Und wie sah er aus? Melinda? Ich hab gesagt, warte auf dem Scheiß Klo Okay, was willst du den Bullen erzählen, wenn sie hier sind? Weiß ich noch nicht Ich hab nicht gedacht, dass Sheila erschossen wird Das hab ich nicht gewollt Wenn ich denen das Geld nicht gebe, werden die, ich zitiere, mich an ein Motorrad ketten Und mich so lange die Straße runterschleifen, bis von mir nur noch das Gerippe übrig ist Tja, ne krasse erste Nacht Die hat mir mein Gesicht verbrückt und mannen... Uh oh Dann Dann Du Untertitelung des ZDF, 2020